Hallo, herzlich willkommen zu unserer Interview-Serie zum Thema freie Software, Open Source Software. Wir wollen mit den Digitalpolitikerinnen und Digitalpolitikern besprechen, was in den Wahlprogrammen zum Thema steht und was wir nach der Bundestagswahl erwarten können. Wir sind Karl Krüger von der Open Source Business Alliance, dem Bundesverband für digitale Souveränität in Deutschland, und Alexander Sander von der Free Software Foundation Europe, einem gemeinnützigen Verein, der sich für den selbstbestimmten Umgang mit Technik einsetzt. Ja, und gemeinsam freuen wir uns riesig, heute Nadine schön bei uns zu haben. Sie ist seit 2014 stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und sie ist neben vielen anderen Themen auch zuständig für den Bereich digitale Agenda. 2019 haben Sie gemeinsam mit Ihrem Parteikollegen Thomas Heimann das Buch Neustart veröffentlicht, wo Sie sehr detailliert auch mit Fragen der Digitalisierung auseinandergesetzt haben. Und umso mehr freuen wir uns und bedanken uns bei Ihnen, dass Sie heute die Zeit für uns finden und sind wahnsinnig interessiert, welche Einblicke Sie uns geben werden. Vielen Dank. Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich dabei zu sein zu diesem spannenden Thema. Prima. Wir wollen keine Zeit für den, gleich mit der ersten Frage anfangen. Die Corona-Warn-App ist ja ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit, bei dem wir gesehen haben, wie wichtig freie Software ist. Gemeinsame Entwicklung, Interoperabilität, Transparenz, die Vertrauenschaft. Ist das nicht ein grundsätzliches Modell? Sollten wir nicht viel stärker auf freie Software setzen? Also haben Sie natürlich völlig recht. Die Corona-Warn-App wurde ganz konsequent Open-Source entwickelt, genau mit den Vorteilen, die Sie aufgezählt haben. Das schafft eben Vertrauen. Und das sieht man ja auch an den Download-Zahlen. Das ist das Kontakt-Nachverfolgungs-Tool, was am Ende funktioniert, weltweit. Und deshalb definitiv ein Best-Practice-Beispiel und definitiv eine Blaupause für andere staatliche Projekte. Wenn wir über Digitalisierung in Deutschland reden, Frau Schön, dann reden wir natürlich auch über den Einsatz von Software. Wir brauchen aus unserer Sicht IT-Lösungen, die auch digitale Souveränität darstellen. Und wollten Sie fragen, welche Rolle aus Ihrer Sicht freie und offene Software dabei spielen kann oder soll? Ja, freie und offene Software spielt heute schon eine Rolle bei dem Thema, wird aber in meinen Augen in Zukunft noch eine größere Rolle spielen. Die Frage, was heißt denn digitale Souveränität, beschäftigt uns ja massiv auf nationaler und auf europäischer Ebene. Und ganz entscheidend dabei ist eben, dass man keine Login-Effekte hat, dass man Auswahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Softwareprodukten hat. Und unser Ansatz, unsere politische Antwort darauf ist, dass wir künftig den OpenX-Ansatz wollen. Das heißt, wir brauchen ein offenes Ökosystem mit offenen Standards, offenen Schnittstellen. Und dazu gehört eben auch, wo immer möglich, offene Open-Source-Software. Und klar, das wird nicht gehen, indem man den Schalter umlegt. Aber die ersten Weichenstellungen sind ja gemacht worden, mit dem Open-Source-Code-Repository, das wir eingegangen sind, mit dem Commitment auch auf der europäischen Ebene, mit dem Commitment im Rahmen des Online-Zugangs-Umsetzungsprozesses, wo Open-Source ja auch zu den Service-Standards gehört. Und das ist in meinen Augen der richtige Weg, weil Open-Source eben ein Teil von OpenX ist. Und OpenX, der das Elementare beim Thema digitale Souveränität. Ja, vielen Dank. Da möchte ich gerne anknüpfen. Sie haben schon viele einzelne Aspekte genannt, was getan wird, um das voranzubringen. Das Zentrum für digitale Souveränität, das die Bundesregierung derzeit ja schon plant, soll ja gerade im öffentlichen Bereich auch dafür sorgen, dass mehr Open-Source eingesetzt wird. Wie stehen Sie zu diesem Zentrum? Wird es das auch mit einer CDU in der zukünftigen Bundesregierung geben? Und wie wird es ausschauen? Ich finde, es ist ein guter Ansatz. Und bei der Frage, was auf den Weg gebracht wird, müssen wir, denke ich, schauen, dass wir vor allem diesen Ökosystemgedanken stärken. Nur ein Zentrum allein wird es nicht lösen, vor allem, wenn es organisiert ist wie eine Behörde, die die letzten 50 Jahre organisiert wurde. Aber wenn da jemand ist, der das Thema gut verinnerlicht hat, der diesen Ökosystemgedanken lebt und das auch so vorantreibt, dann kann das ein wirklich gutes Element sein. Und der Haupttreiber ist ja Dr. Markus Richter, unser Bundes-CIO, der ja auch im Innenministerium und generell in der Bundesverwaltung das Thema Agilität, Ökosysteme, Offenheit massiv voranbringt. Und in seinen Händen würde ich das gut aufgehoben wissen. Und wir werden politisch natürlich auch ein Augenmerk darauf haben, dass es jetzt nicht so eine weitere Institution ist, sondern wirklich etwas, was diese Vernetzung ermöglicht, was das Ökosystem ermöglicht. Denn digitale Souveränität kann eben nicht close job gelöst werden, sondern gelingt nur, wenn viele Akteure ein gemeinsames Commitment haben, was das denn heißt, digitale Souveränität, und dann auch gemeinsam an den verschiedenen Zielen und Herausforderungen arbeiten. Sie haben ja schon einige Punkte angesprochen, die sich auch in Ihrem Wahlprogramm finden. Im Grunde haben alle Parteien eben auch ihre Sicht zu freier Software in den Wahlprogrammen geäußert, sich dafür ausgesprochen. Werden wir denn mit einer Regierungsbeteiligung von Ihrer Partei einen Absatz zu freier Software in einem Koalitionsvertrag finden? Und wie stehen Sie in diesem Zusammenhang zu dem Prinzip Public Money, Public Code? Wir haben ja gerade schon besprochen, wie wichtig das ist und dass es eben ein Teil dieses offenen Ökosystems ist. Wir haben 2019 auf unserem Parteitag der CDU den OpenX-Ansatz zum ersten Mal verankert und den seitdem ja auch in konkreten Regierungshandeln vorangetrieben. Das Open Source Code Repository habe ich persönlich auch unterstützt, dass es angegangen wird, dass wir das auf den Weg bringen. Und der Servicestandard im Rahmen des OZG ist auch in dieser Zeit entstanden. Daran sieht man, das ist jetzt nicht nur in Papier geschrieben worden und dann ist nichts mehr passiert, sondern da wird direkt an der Umsetzung gearbeitet. Und das muss eben dann auch das Ziel der nächsten Jahre sein. Gerade was die Ausschreibungs- und Vergabethemen angeht, da haben wir einen wirklichen Reformbedarf und das wird auch der Haupthebel sein, um diesen OpenX-Gedanken überhaupt verankern zu können. Und das sollte in meinen Augen ein Kernbestandteil des Koalitionsvertrags sein, wer immer den dann auch abschließt. Und das sollte dann auch mit dem politischen Willen, das auch auf die Schiene zu bringen, schnell umgesetzt werden. Sie haben Europa vorhin schon angesprochen. Wir wollen nochmal den Blick nach Europa richten. In Italien muss öffentlich begründet werden, wenn proprietäre Software beschafft wird. Freie Software gilt dort als Standard. Wäre das auch ein Modell für Deutschland? Es ist auf jeden Fall ein guter Commitment zu haken, wie wir es im OZG-Prozess ja eben auch haben, als Service-Standard. Das ist ja im Prinzip ein ähnlicher Mechanismus. Und ich finde, da sollte man sich schon mal internationale Beispiele anschauen. Und am Ende bringt es ja auch nichts, wenn jedes europäische Land seinen eigenen Weg geht. Am besten kommen wir mit dem Ökosystem Gedanken voran, wenn wir das gemeinsam machen. Und da gehören dann eben auch verschiedene europäische Länder und auch die Europäische Kommission dazu. Und dort Best Practices zu finden, das ist immer ein guter Ansatz. Die EU-Kommission, um dort zu bleiben, Sie hatten es auch schon angesprochen, hat sich ja für sich selbst auch eine Open-Source-Strategie gegeben, um eben sicherzustellen, dass tatsächlich auch mehr freie Software in der Verwaltung eingesetzt wird. Braucht es so eine Strategie auch für Deutschland? Muss man sich hier vielleicht eben auch europäisch mehr abstimmen? Man muss sich definitiv europäisch mehr abstimmen. Das ist Fakt. Europa hat da 2019 was vorgelegt. Das ist auch gut. Ich würde mir da noch gern ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen wünschen. Wir haben national auch etwas vorgelegt, die Strategie zur Stärkung der digitalen Souveränität der IT in der öffentlichen Verwaltung. Und die wird ja auch schon umgesetzt. Von daher nicht nur Strategien vorlegen, sondern die auch umsetzen. Und das aber am besten in Europa gemeinsam. Das ist der präferierte Weg. Und genau in diesem Sinne sollte auch, weil Sie eben einen Koalitionsvertrag angesprochen haben, auch die Politik der nächsten Bundesregierung angelegt sein. Ja, da würde ich gerne anknüpfen, weil irgendwer muss es ja tun. Es sind ja regelmäßig Unternehmen auch, die die IT-Lösungen dann anbieten. Im Open-Source-Bereich sind die klassischerweise kleine und mittlere Unternehmen, die nicht nur im Software-Bereich als besonders agil, innovativ und auch flexibel gelten. Und deswegen die Frage, haben Sie Gedanken, wie Sie diesen IT-Mittelstand unterstützen können und wollen, damit mithilfe seiner Produkte, mit seinen Anwendungen, Digitalisierung einfach noch schneller vorangeht oder vielleicht auch ganz neue Projekte entstehen? Ja, ich sehe da zwei entscheidende Themen. Das eine ist das Thema Bildung. Egal mit welchem Mittelständler ich spreche, das Thema Fachkräfte ist das Thema schlechthin, gerade für den Mittelstand. Und deshalb müssen wir mehr tun beim Thema digitale Bildung von Kindern und Jugendlichen, Außenweiterbildung von Fachkräften, Umschulungsangebote bieten. Wir haben einen wahnsinnigen Strukturwandel in unserem Land und das gibt aber eben auch die Chance, jetzt die IT-Fachkräfte auszubilden, die wir in Zukunft noch stärker brauchen, als heute ohnehin schon. Das ist der eine Punkt. Und das zweite ist das eben schon genannte Thema Ausschreibungen. Bisher haben es gerade Mittelständler und vor allem Mittelständler, die auf Open-Source-Basis arbeiten, einfach noch schwer, weil die Ausschreibungskriterien der öffentlichen Hand nicht passen. Und deshalb müssen wir an das Thema Vergabe und Ausschreibung ran. Und nur dann kann auch so ein Ökosystem entstehen. Denn bisher ist das ja ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Dadurch, dass es noch nicht genügend Open-Source-Software gibt, wird eben gerne auf proprietäre Software zurückgegriffen. Und deshalb muss man schauen, wie man insgesamt das Ökosystem hebt. Und da hat die öffentliche Hand natürlich einen ganz großen Hebel. Aber auch private Unternehmen, die eben auch ja zunehmend auf Open-Source setzen. Aber auch da gibt es noch Know-how, an dem man arbeiten kann. Und auch die Privaten gehören zu diesem Ökosystem mit dazu. Ja, super. Sie haben das gerade schon angesprochen, ein Henne-Ei-Problem auch bei der Frage, ist es nicht einfacher, weiter proprietäre Software zu beschaffen, gerade in der öffentlichen Hand, weil man es immer gemacht hat, weil man das Know-how gerade dafür hat, weil man die Geschäftsmodelle kennt. Also wir stellen uns und damit Ihnen auch die Frage, wie sichern wir es letztlich ab, jenseits von Vergabebedingungen, die verändert werden müssen, dass das in Köpfen, Herzen, wie auch immer auch tatsächlich ankommt, dass man nicht in dem alten Fahrwasser weiterschwimmt, sondern dass man sich öffnet, dass man eben tatsächlich versteht, dass Open-Source als digital souveräne Lösungsoption eben genau die richtige ist, auf die man sich hinbewegen wird. Also was muss in Behörden am Ende passieren, auch im Mindsetting? Also der Grundsatz ist ja nach unserer Meinung dieser Open-X-Ansatz, dass man vor allem auch mit offenen Schnittstellen, offenen Standards arbeitet. Da darf dann auch mal eine prioritäre Software dabei sein. Aber wie gesagt, der Ökosystem-Gedanke beim Open-Source-Bereich, den müssen wir stärken, damit es eben auch auf Augenhöhe sich überhaupt begegnen kann. Das ist definitiv heute nicht der Fall. Und am Ende gehört diese Frage zu einer Reform und Transformation der öffentlichen Verwaltung insgesamt, die eben noch sehr stark in Zilos denkt, die in Hierarchien denkt, die noch sehr stark daran verhaftet ist, was all die Jahre gemacht worden ist. Und das ist ein Kulturwandel im öffentlichen Bereich, den wir ja auch mit unserem Neustartprojekt adressiert haben, den wir auch angegangen sind, schon in der Legislaturperiode, mit dem Digital Services for Germany, mit der Akademie, die Markus Richter auf den Weg bringt, mit dem GavTech Campus, den wir gerade gegründet haben. Und diese Entwicklung ist in meinen Augen die Hauptaufgabe des Staates in den nächsten Jahren, sich selbst zu transformieren. Und dann ist das Thema Offenheit und dadurch automatisch auch Open Source gehört automatisch mit dazu. Aber es ist ein Umdenken im Kopf und dieser Mentalitäts- und Kulturwandel, den müssen wir angehen. Ja, Frau Schoenke, dann sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Vielen, vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Ich glaube, wir konnten noch mal viel erfahren über das, was Sie vorhaben in einer möglichen kommenden Regierung. und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und unsere Fragen beantwortet haben. Vielen Dank, alles Gute. Gemeinsam mit Alexander wünsche ich Ihnen natürlich, dass Sie gut durch die letzten harten Tage des Wahlkampfes kommen. Und irgendwann zur Ruhe. Vielen, vielen Dank. In diesem Moment, danke schön.